Lifetime in Repeating Oh Gott Zu einer neuen Aufnahme Wie wir sie alle kennen Oh klar, schade, kein Kill Okay, führe schwere Morde aus Müssen wir machen, das ist eigentlich im Grunde so etwas Das erledigt sich schon von selber Im Grunde Dafür muss man einfach nur spielen Und es gibt etwas Ich habe Tagelang dafür gesuchtet Wie sonst was Und jetzt habe ich sie endlich Nämlich Meine eigene Kriegsherrenrüstung Heilige Scheiße Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich dafür gebraucht habe Ähm, da seht ihr es auch schon Die hat gerade angefangen, meine Rüstung zu regenerieren Sprich Wir sind ein komplett unabhängiger Sanitäter Okay, bis auf die Munition, das ist so etwas Äh, da könnten wir eventuell Irgendwann mal angewiesen sein Aber von unserem Leben und Rüstung her Sind wir jetzt unabhängig von den anderen Spielern Das ist richtig cool, wie ihr seht Hier, wir können uns wieder hochheilen Natürlich kann man sagen Äh, Jeitron Du hättest sie das eher für die Sturmeinheit kaufen müssen Ne, bla 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 Ähm, ganz im Ernst Ich habe auch Wollte sie auch anfangs für Die, ähm Sturmeinheit holen Und Dann fiel mir ein Ähm Für Spezialmissionen Ist Für Ernsthaft Und weg hier Sorry, aber ich hafte nicht für sowas Bingo Ich habe den Kerl auch gerade gesehen Okay Ihr wisst mich verarschen Ist er gerade schon wieder verreckt? So Okay Boah, hier sind überall Bazookas Und so weiter Was uns aber auch nicht mehr so viel juckt Weil wir Sind komplett unabhängig Yes Aber ihr wisst gar nicht, wie happy mich das macht Jetzt kann ich auch Okay, mehr oder weniger im Alleingang Ähm Spezialmissionen absolvieren Da sollte man natürlich auch weiterhin aufs Team achten So ist es nicht Ähm Seht ihr aber, wie cool das ist? Wir heilen uns immer wieder Klar Man stirbt immer noch mit einer Kriegsherrenrüstung So ist es nicht Aber Allein der Damage wird immer um 10 Punkte reduziert Den wir erhalten Egal Also wenn er auf dem Tor so auftrifft Äh, egal ob Explosion Nahkampf Oder sonst irgendwas Ähm Ist wirklich vollkommen egal Was ist denn jetzt los? Ähm Deswegen Da können wir richtig locker sein Richtig entspannt Richtig relaxed Und Ganz im Ernst Das freut mich so sehr Das freut mich wirklich so sehr Ähm Dass wir das mittlerweile so können Und ich weiß gar nicht Warum der so ruckelt Äh Gott Ja Auf jeden Fall Oh, es macht mich so happy Es macht mich richtig happy Das ist übrigens jetzt auch die erste Runde Wo ich mit dieser Rüstung spiele Ich hab sie mir gerade eben erst gekauft Deswegen Ähm Also im Grunde Ihr erlebt gerade mit Die Jungfern Ballerei Von dieser Rüstung Äh Wir müssen immer noch Für schwere Morde ausmachen Fällt mir gerade so auf Ähm Ja Und du lieber Merik Wie geht's dir denn so Ja Auf jeden Fall Ich hab natürlich auch vor Jetzt zukünftig auch noch andere Teile zu farmen So ist es nicht Ähm Da muss auf jeden Fall noch einiges gefarmt werden Und Alter Das ruckelt richtig schlimm Das ruckelt richtig schlimm Das ruckelt sogar sehr schlimm So Dann warten wir jetzt hier in aller Ruhe Ich 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 weiß wirklich nicht warum der gerade so ruckelt Es tut mir leid Es tut mir Ernsthaft Leid Dass der so gerade so dermaßen rum ruckelt Ähm Wie geht's dir denn so Oh Dir geht's nicht gut Hier 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 Komm her So Ähm Okay der hat den schon So Wie mit unserer geliebten Pistil Wobei Ich hab ja auch irgendwann vor Mal ein bisschen was ins Spiel rein zu pain Unter anderem auch wegen der goldenen Desert Eagle Aber unter anderem natürlich Um das Spiel zu unterstützen Weil ich finde das Spiel super Ähm Aber ich spiel das ja jetzt auch nicht so lange Damit ich mitreden könnte Was da geändert werden müsste oder so Aber ich schätze mal Dass bei dem Spiel auch ein bisschen was geändert werden muss Ähm Unter anderem weil Mit dem Defibrillator Ernsthaft Neh, was ich sagen wollte ist Ähm Ich Würde mich wirklich freuen, wenn mehr Leute die Spiel spielen würden Weil es wirklich richtig doll ist Äh, auch wenn ich hier gerade fröhlich von mich hin ruckelt Ich hab gerade keinen Plan warum Äh Das ist eigentlich nicht normal Hab ich mal gehört Ähm Gesamtlautsch der Gefolge Verschuhe Äh, ja Gott Ja, jetzt kommen die ganzen da Ich hoffe mal, da schmeißt mich einer um Ähm Das wäre sogar tatsächlich Dass ich mir das wünschen würde Um geschmissen zu werden Äh Einfach wegen schwerem Mord Komm, schmeiß dich um Schmeiß dich um Töte ihn Töte auch du Das ist ein Befehl Ihr habt zu töten Komm Ah gut, wir haben zu töten Ihr habt getötet, okay Äh, heh, he Nein Ich hab euch nicht mit Absicht auf dem Boden liegen lassen Und niemanden gekillt Ich bin damit in ernsthaft die Gefahrensituation gebracht Nur um 10% zu bekommen Nein Ich bin noch ein freundlicher Teamman bei dessen Team Alles andere Überall als andere geht Äh, heh, heh, heh Also Ich weiß gar nicht, was ihr mir zutraut Also, äh, heh Ich möchte überhaupt nicht euren Tod verantworten Oder ähnlich für nur Läppische 10 Punkte Wo, äh, was, was Nein Ich bin doch kein solcher Unmensch Äh Ist hier mir scheißegal gewesen Ob ich es draufgegangen gesagt oder nicht Äh, was? Nein Ähm, weiter geht's Oh Scheiße Ja, was wollt ihr machen? Warte, braucht hier irgendjemand was? Braucht hier jemand was? Du kriegst was? Du kriegst was? Okay, sind nur 10 Punkte Aber Besser als gar nichts Oh nein Jetzt kommt der Distanzkampf Oh, ich bräuchte so viel Ich bräuchte wirklich so viel präzisere Pistel Wie ihr seht Ähm, die ist generell auch verdammt unpräzise Also, mit ihr verfehlt man generell auch sehr stark What? The? Fuck Sorry, wenn ich das jetzt so sage Wie viele Granaten-Kills der hatte Boah Boah Das war einiges Komm her, ich heil dich Ich heil dich Ich brauche Schuhe, mit denen ich schneller bin Das brauche ich wirklich Mhm, 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 mhm Gut Weiter geht's Ähm Ich helfe natürlich liebend gerne weiter Boah, die Kriegsherrenrüstung hat sich aber so gelohnt Ohne Scheiß Ich freu mich Äh, es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, die ich haben möchte Zum Beispiel bessere Defibrillatoren Ähm, da brauche ich unbedingt ein paar bessere Okay, nehmen wir das gestorben Brauche ich unbedingt bessere So ist es nicht Aber richtig cool mit der Rüstung Vor allem, weil wir auch keinen Ingenieur haben momentan Kann das einen echt Moment mal, hatte ich nicht eigentlich die andere Mission ausgesucht? Ey Ich erhebe Einspruch, ich hatte doch die andere Mission Äh, hoppla Ich hatte doch eigentlich die andere Mission So Boah, ich könnte jetzt wirklich hier im Alleingang die scheiß Map hier überleben Fällt mir gerade so ein Das ist echt ein gewaltiger Vorteil mit so einer Kriegsherrenrüstung Und natürlich Was auch sehr vorteilhaft ist Ist die Schadensreduzierung Es sind zwar nur 10% Aber dafür in allen Gebieten Das ist schon was Okay, bei dir gehe ich mal lieber auf Nummer sicher Weil Die können sich zwar immer noch selber heilen Aber ich kann schneller heilen In so einer ernsten Kampfsituation Kommt es wirklich auf Geschwindigkeit an Kann man schnell genug heilen What the fuck Da hinten kommt auch schon der Helikopter Unser geliebter Bossgegner Gut, das war der Kill Da sehe ich schon wieder, dass jemand Hilfe braucht Warte, hier haben sie ihre ärztliche Hilfe So Musste sein, sorry Okay, da hinten haben wir einen mit dem Laserpointer Ist aber nicht der mit dem Laserpointer Ist halt nicht die Spezialeinheit Vor allem will die mich gar nicht treffen Okay I need money I have no money I have no money Oh Gott Und da kommt sie auch schon Gottchen So Okay, der ist tot Heilen, 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 heilen Scheißegal, Hauptsache heilen Da kommt noch eine Rakete angesegelt Hallöchen Da haben wir noch den Sprengmeister erledigt Ach du heilig, das stinkt Alter, ich habe vergessen, dass das Ding so schnell ist Wenn man versucht zu zielen Ist das ja beinahe unmöglich Oh Gott Ähm Wie immer Ich bin ja auch dafür Ähm Granaten für Also die Bazookas für die normalen Gegner zu benutzen Ja okay Das sind nur Streifschüsse Bringen herzlich wenig Boah Blöd man ey Sorry aber Oh Ah ja Ich habe ja noch hier den Bazooka Oh Der fliegt runter Äh Das war so nicht geplant Das war auch nicht geplant So Schön Da haben wir auch schon Unsere Rüstung wieder auf Max ab Was Richtig Cool ist Klar Wir nehmen dadurch den Ingenieuren ihren Job weg Aber ganz im Ernst Äh Eine Supporter Einheit Welche auf andere Supporter angewiesen ist Sorry Auf sowas kann ich verzichten Und jetzt sind wir Bis auf die Sturm 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 Was hast du denn du probiert Hast du etwa hier versucht durchs Fenster zu ballern oder was Was man auch niemals machen sollte in einer Mission Sturm 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 Warte Ich heile dich noch schnell Oh fuck Komm Och komm schon Das wäre so schön gewesen Ich hätte den Kriegen können Ich habe den auch Wo fliegst du lang Ich muss gerade erst auf gucken wo der lang fliegt Weil ich ungerne Munition verschwenden möchte Warte Aber wichtiger als jede Munitionszufuhr ist So Ähm Musste einfach sein Sorry Äh Weil ich meine Wir sind hier momentan Der Medic Medic Och komm schon Verdammt Knapp das war Wer bist du eigentlich Wer da verreckt ist Och komm schon Ja Ähm Da Schade Ich hätte gedacht ich komme hier durch ohne auch nur ein Coin zu verschwenden Aber Meine Skills lassen es nicht zu So 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 Bevor der sich weiter hoch heilt Nein Ich wollte ihn auch heilen Och den kann ich aber heilen Nice Komm her Dich heil ich So Sonst soll irgendjemanden AP Brauchst du Du kannst ein bisschen AP gebrauchen Wir müssen noch ein paar Punkte geiern Oh Gott Oh die Rüstung hat sich aber richtig gut bewährt Ich bräuchte zwar jetzt nochmal dieselbe für den Kopf Damit ich auch mein Leben wieder regeneriere Damit ich Mich auch mehr darauf konzentrieren kann Meine Freunde zu heilen Aber Ganz im Ernst Der gröbste Teil ist jetzt schon getan Das freut mich richtig Und Dann gucken wir jetzt auch mal nach Wie die Werte von uns geworden sind Nicht wahr meine Ballermänner hier Verschwendet doch gerne eure Präzisions-KD So Dann zeigt mal hier Der Schaffschutz hat sich tatsächlich noch Auf den ersten Platz geballert Drops an ihn Wir sind leider nur dritter Was sogar ziemlich scheiße ist eigentlich Und dann wollen wir mal sehen Wir haben dafür die Höchste Schussgenauigkeit Höchste Schussgenauigkeit Okay Dafür haben wir die meisten Unterstützerpunkte Und Die meisten Wiederbelebung Schön Damit schau bis zur nächsten Folge Auf Wiedersehen